Back to basic. Wir feiern heute den weltweiten Tag für mehr Kräuter und weniger Salz. An diesem Tag besinnen wir uns auf das, was uns die Natur gibt, um unser Essen geschmackvoll zu machen. Beim Kochen wird oft viel Salz verwendet, da es schnell gehen muss und trotzdem schmecken soll. Am heutigen Tag schauen wir uns einmal im Garten oder in der freien Natur um, denn es gibt neben Salz vielfältige Möglichkeiten, Speisen lecker, schnell und einfach zuzubereiten. Wir feiern diesen Tag in der Natur mit Freunden und Familie, pflücken Kräuter, kochen und essen gemeinsam.